Für die Hörer von OLAF M. Hermes Hausband, herzlich willkommen! Ja, da seid ihr wieder. Schön, dass ihr da wart. Ihr habt gerade euren Auftritt gehabt, unten beim ZDF Garten und Tour in der Lagune. Wie habt ihr das diesmal empfunden? Ihr wart ja diesmal ganz am Rand. Ja, wir waren alle barefoot. Ja, barefoot, ohne Schuhe. Ich bin sehr gespannt. Es war sehr schön. Schöne Lokation und gute Laune, gutes Wetter. Wir haben eigentlich Ferien heute. Ihr habt Ferien und arbeitet in den Ferien? Das ist keine Arbeit, was wir machen. Das ist nur Spaß machen. Das möchte ich hören. Das möchte auch die Hörer von OLAF M. hören. Hermes Hausband, sehr erfolgreich, mega erfolgreich. Ich hatte jetzt schon Lubega gerade eben mit ihm gesprochen und er sagt, ihr seht euch, ihr seht euch regelmäßig und irgendwann müsst ihr dann mal tatsächlich zusammen irgendwas machen. Wir machen schon Zusammenshows. Voriges Jahr haben wir angefangen und das ist der Hammer. Wirklich. Aber das ist ein Großpartyser, oder? Ja, uns und Lubega und die Tänzerinnen sind, ja. Wir hatten ja vor drei Jahren, wo wir uns schon mal getroffen hatten, hatten wir ja diese Ideen mit dem Oktoberfest. Was ja leider nicht geklappt hat aufgrund verschiedener äußeren Umstände. Diesmal nehmen wir es wieder in Angriff. Das ist dann Oktoberfest, die vierte. Der Versuch. Auf jeden Fall, es wäre eine super Nummer, wenn da natürlich die Hermes Hausband mit dabei sein könnte. Wie seht ihr das? Großartig. Ja, kann ich warten. Also wir halten das auf jeden Fall mal fest. Projekte von euch. Was habt ihr da Neues zu berichten, den Hörer von OLAF M? Ja, wir haben ein neues Lied, Ring on Fire. Ring on Fire. Ja, es ist ein Partykrach. Ja, ja. Ja, machen wir es. Haben wir jetzt was verraten? Ring on Fire. Ring on Fire. Ring on Fire. So ist ein bisschen nervös. Ne, ne, ne. Ja, wir haben eine neue Singer aus, Ring on Fire, original von Johnny Cash. Und es war schon, ich denke, schon 200 Mal gekoffert. Aber wir haben etwas total Neues damit gemacht, wie Country Roads, wie Hermeson. Hausband und das klappt 100%. Also das muss man ja mal sagen. Ja, macht in der Hauptsache natürlich Covers von bekannten Songs. Aber Hermes Hausbands, die Covers sind irgendwie erfolgreicher als andere. Das muss man mal festhalten. Das haben wir schon bei vielen erlebt. Das haben wir schon bei vielen erlebt. Und natürlich, es macht immer wieder Spaß, euch dann, ich selbst als DJ, natürlich auch dann bei meinen Auftritten, Hermes Hausbands zu spielen. Immer Partykracher, immer Partymusik. Heute Abend wird es sicherlich auch in der Aftershow-Party geben. Damit, ja, da wünsche ich euch, da habe ich jetzt schon was verraten. Ne, ne, ne. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Und ihr habt nichts gehört. Also, das ist Hermes Hausband für die Hörer von All FM. Dankeschön, dass ihr wieder Zeit hatte fürs Interview. Ich freut mich immer wieder mit euch zu sprechen. Ich danke euch und noch einen schönen Aufenthalt hier auf Fotoventura. Let's have party on Fotoventura. Ja, let's have party. Wir sehen uns beim nächsten Mal.